Ostern Und das wissen auch die Hasen, holen die Eier aus dem Nest, setzen sich dann auf den Rasen und bemalen sie fürs Fest. Alles freut sich auf den Tag, da man Ostern gerne mag. Such, 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 wo ist das Ei? Such, 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 wo ist das Osterei? Such, 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 wo ist das Ei? Such, 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 wo ist das Osterei? All die vielen kleinen Kinder freuen sich auf das Osterfest. Denn sie sammeln alle Eier, die der Hase fallen lässt. Jeder hört bei diesem Lied, warum es Ostern-Eier gibt. Such, 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 wo ist das Ei, wo ist das Ei? Such, 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 wo ist das Osterei? Hey! Such, 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 wo ist das Ei, wo ist das Ei? Such, 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 wo ist das Osterei? Such, 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 wo ist das Ei, wo ist das Ei? Such, 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 wo ist das Osterei? Hey! Untertitelung des ZDF, 2020